Musik Auf seine ersten Bilder hier von der Massener Heide wartet die züchterische Welt. Der strahlende Siegerhengst der letzten des fälischen Hauptkörung ist bei uns, Like a Diamond NRW. Sohn des Laureus aus seiner Mutter von Lord Sinclair und dann kommt das Blut des Koriander dahinter. Wirklich ein Siegerhengst von Scheitel bis zur Sohle? Ja, Like a Diamond hat sich nach der Körung sehr gut eingelebt bei uns. Im täglichen Umgang zeigt er uns wirklich, dass er Siegerhengst ist. Sehr souverän tritt er auf. Man kann schon sagen, stolz tritt er auf. Liebe Gäste, nicht nur zur Auktionspreisspitze avancierte Like a Diamond NRW dann in Münster-Handorf, sondern er trabte sich auch in die Herzen der Züchter, die bei der Hauptkörung mit dabei waren. Und die schönsten Momente und Bilder dieses ersten öffentlichen Auftritts von Like a Diamond schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Dieser Hengst ist ein Bewegungskünstler allererster Güte. Er verfügt über absolute Bergauftendenz, macht sich groß, hat eine tolle, überragende Hinterhandaktivität und einen super Abdrück dabei. Und dazu kommt, sobald der Hengst in Ruhe ist, verfügt er einen mit ziemlich gut zu bewertenden Schritt, sodass wir uns dieses Gesamtpaket entschieden haben, diesen Hengst zum Siegerhengst zu machen. Ich glaube, seine absolute Sportlichkeit, seine praktische Halsung, das sehr korrekte Fundament, ließ uns diese Entscheidung am Ende dann doch recht leicht fallen. Auch hier, herzlichen Glückwunsch. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020